Das ist die nächste Abfahrt dort, einfach die erste Abzwiegung statt die zweite. Die kleine Bächle nehmen wir noch in der Mitte. Das ist der Bremse mehr. Das ist der Bremse mehr. Das ist die zweite Abfahrt. Das ist jetzt hier ein paar Jahre. Das ist eigentlich ein paar Jahre alt. Das hat man im Teile noch einmal. Das ist jetzt hier gar nicht dafür. Das Bruch ist richtig gut hier. Das ist jetzt hier gar nicht. Das Bruch ist richtig gut. Jetzt kommt der Steinmeer. Da geht es mir hier. Ok. Das ist das Nebströsschen, genau hier rechts. Das ist jetzt irgendwie. Ich habe mal da raufgefahren. Ich gehe schauen, wie man das kommt. Das steht fertig vorne. Ja, das Bögen. Jetzt kommt man schon links rein. Ich kenne das aus der Scheinbahn. Ich kenne das aus der Scheinbahn. Ich kenne das aus der Scheinbahn. Links ganz langsam. Das ist schon ein bisschen flotand. Du bist mit Körs da. Alles ist schön. Ich mache es mit Körs. Ich habe es nicht BBQ zusammen. Ich kenne die Körs des Körs. Ja. Da parkieren wir noch. Da bieden Sie dort. Da kommt schon weiter. Links, links, links. Parkieren irgendwo. Da, noch nicht parkieren. So ein Hausplatz. So ein hohes Letto über die Strasse. Da, noch nicht parkieren. Da, noch nicht parkieren. Tschüss. Da, noch nicht parkieren. Jetzt sind wir die Brücke hin, da kommen die Blöden abdrehen. Ja, was de 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 Was voll her in the fuck? Die Störe irgendwie muss man schauen. Ich habe keine Wiese, weil die Pachter abkommt. Hier ist alles in der Mitte, da ist ein Bacher von vorne, da ist die Strasse dahinter entlang gelassen. Da ist ein Feld ab und zu. Der Dorfbacher ist irgendwo der Ruckwisch. Die Strasse dahinter ist ein Feld ab. Der Dorfbacher ist ein Feld ab und zu. Der Dorfbacher ist ein Feld ab. Das ist ein Feld ab. Das ist ein Feld ab. Das ist ein Feld ab. Der Dorfbacher ist ein Feld ab. Da geht es doch bei uns plötzlich eine Spritze hinein, für die Fahrt. Da geht es doch bei uns plötzlich eine Spritze hinein, für die Fahrt. Da geht es doch bei uns plötzlich eine Spritze hinein. Da geht es doch bei uns. Sollte Mal sehen. Du willst bei Reichenburg auf die Autobahn fahren? Die Autos sind in der Zufahrt. Aber wenn du auf die andere Seite wegmachst, dann kannst du zwei Spuren hinterher. Wenn du da mal hinten fahren, bis du so weit wie kannst. Genau. Das ist ein bisschen kleiner. Ich habe die Autos, die Autos sind in der Karte. Ich habe viele Autos, die Autos sind. Ich habe sie hier. Ich habe die Autos. Es ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020